so und damit willkommen zurück kurz gucken sieht gut aus sehr schön also wie gesagt hier sind wir am verteidigen ein energieanstieg von enormen ausmaßen wurde entdeckt es bringt nichts mehr ein das empire anzugreifen naja der dürfte bald tot sein oder gibt es den überhaupt noch den den empire ja gibt es noch zwei leute gibt es noch grün und lila und grün besiege ich gerade lila auch jetzt kommen eine verstärkungen an ja genau so schaut es aus haben wir schon gewonnen das tat noch mal weh jetzt sind alle spezialfähigkeiten und alles irgendwie weg bauwerk komplett unser planet wird belagert süß bauwerk komplett ich finde das ist ziemlich cool gemacht hier mit der reparatur werfen ein es bringt nichts mehr ein das empire anzugreifen unsere flotte wird angegriffen cool cool so das gehört bei mir da freue ich mich auch schon drauf und dann wollen wir mal sehen so was braucht man noch ich muss mich ja noch ein bisschen aufbauen hier zum beispiel wir haben eine feindliche kolonie erledigt sehr schön so so soll das eine neue kolonie wurde gegründet genau moment ein energieanstieg von enormen ausmaßen wurde entdeckt naja gut dann bauen wir da auch noch eine raffinerie schadet nicht geld kriege ich eh mehr als als den anderen kram von dem her kann ich da ruhig raffinerien bauen das passt schon genau schön alles aufbauen unsere verstärkung hier natürlich genauso da sind jetzt vier raffinerien das ist ein bisschen zu viel aber das kommt vor man kann es auch nicht immer alles perfekt machen nicht immer man kann es probieren aber man muss überall ein paar abstriche machen das ist wie im echten leben meistens feindliche truppen sind eingetroffen so weiter geht's kein gegner kommt an uns vorbei bauwerk komplett zusätzliche credits benötigt das haben wir verteidigt firenz es gehört uns so wie es sein soll und metalle ja geld ja es wird langsam stopp feuert die oder ach die darf nicht bauwerk komplett unser planet wird belagert okay die dürfen alle gerade nicht schießen na gut ist jetzt ein bisschen blöd aber auch in ordnung so ist es halt ne wunderschön nachdem wir es hier verteidigt haben schicken wir die wieder zurück gezeichneter plan was jetzt kommande genau jagd geschwader wird in zehn was so ja das habe ich das ist ja wer braucht luftunterstützung kommande an deck so phasensprung auf mein signal hier sind zwei sternen basen hier sind zwei sternen basen ich muss langsam mal gucken wo mir noch welche fehlen aber aber leisten kann ich mir die eh nicht hier fehlt eine aber die kann ich ja nachbauen komm sagt hat feinde im anflug erfasst genau ist die frage ich glaube ich baue hier die strukturelle integrität wo liegt jetzt das problem schön bauen so genau nicht ausreichende Metalle so unsere flotte wird angegriffen wir sind bereit ah schön den können wir uns auch noch holen den Planeten und hier müssen wir jetzt eigentlich nur noch den Planeten erforschen wir wissen ja schon dass hier ein Artefakt ist aber ich glaube ich muss es nochmal extra finden sehen wir gleich vielleicht springe ich auch gleich nochmal zurück nachdem wir hier den Planeten bombardiert haben ja sehen wir gleich das hat man hier gesagt darf egal sein wenn Piraten kommen die machen nichts mehr und ich glaube das ist auch so ein bisschen wahr ja das tut zwar weh hier aber so ist es halt die Forscher haben ein mächtiges Artefakt entdeckt genau so wo finde ich die Artefakte ups da war es doch gerade da kinetischer Verstärker alle Titanen alle Großkampfschiffe so ziemlich alle Fregatten Leistungsstärke Quanten blub blub bewirkt ein Gringstand und Reichweitenerhöhung alle hoffen wir haben eine feindliche Kolonie erledigt das das klingt nützlich ich werde nicht versandt sogar äußerst nützlich okay nichts wertvolles wurde gefunden naja das ist ja nicht ausreichende Metalle so bauen wir uns hier mal langsam alles auf Bauwerk komplett so nicht ausreichende Metalle na okay na gut hier fehlt auch noch das geht halt gerade nicht aber schon 57 also das Geld geht hoch das ist doch eine ziemlich nette Sache und es fehlen mir noch sehr viele viele Dinge packen wir es an ja die können ja machen was sie wollen aber was will er damit es nervt ein bisschen na gut die Bevölkerung geht ein bisschen kaputt ne schauen wir mal ob man dagegen würde gucken strukturelle Integrität ja das ist ziemlich wichtig phasensprung auf mein Signal an alle vorbereiten zum phasensprung so phasensprung auf mein Signal jetzt ist die Frage wird nur das Maximum angehört erhöht oder auch mehr aber das sehen wir gleich ansonsten wird es knapp wir sind bereit feindliche Truppen sind eingetroffen wie fies naja das Maximum wird nicht erhöht okay wundert nicht so und schon boah da kommt eine Menge auf ihn zu boom richtig großer Schaden jetzt dürft ihr den immer schaffen gut verteidigt freut mich den Rest müssen wir mal sehen so Stück für Stück wie wir das am geschicktesten anstellen also Bevölkerung 1 1 aber wahrscheinlich in 1000 hoffe ich mal wäre blöd wenn da nur noch ein Mensch überlebt hätte stellt euch das mal vor wäre jetzt der letzte Mensch auf dem Planeten boah nach so einem Bombardement ne da verzichte ich doch lieber drauf da verzichte ich dann doch lieber drauf ganz ehrlich das muss das muss wirklich nicht sein feindliche Truppen sind eingetroffen äh lol okay ja aber ich bin jetzt ganz unten was jetzt Kommander läuft ausgezeichneter Plan ah da kommen die Piraten ja dann warte ich hier jetzt noch schnell ab fang die Piraten ab hau alles kaputt und gut ist und mach halt hier unten noch schick Kohle so Geld 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 59 wenn ich wieder auf wenn ich wenn ich auf 100 kommen würde pro Sekunde das wäre ziemlich nett ja aber jetzt fangen wir hier erstmal ab der Titan oben tut natürlich weh aber da kann ich jetzt auch nichts ändern Piraten plündern einen unserer Planeten so viel Spaß das tut halt weh hier ne ah der hat ja hier eine richtige Flotte geschickt okay mhm ja ja ich brauche einen Adrenalinkick komm Link online ich glaube nicht dass ein Adrenalinkick das ist was du jetzt wirklich brauchst Planetenentwicklung abgeschafft geh es lieber langsam an da haben wir mehr von nicht ausreichende Metalle ja ich brauche jetzt aber ein bisschen Metall und Geld und Zeugs und Blups weil hier kommt einiges auf mich zu auf der Kugel steht dein Name ja der Planet wird auch ziemlich hart angegriffen immer weiterer Ausbau des Planeten erforderlich ah da sieht man die Reichweite okay ja die Sternbasen geht so aber was wollen sie nochmal zurückziehen wir sind bereit so Piraten alle tot komm Satt hat Feinde im Anflug erfasst so gut wie halt aber bis ich da oben bin ist alles vorbei trotzdem sollte ich es probieren sind eingetroffen ja Bauwerk komplett ich werde nicht versagt machen wir jetzt auch so jetzt hauen wir den Titan kaputt so weit wie es halt geht ich weiß das wird eine sehr teure Schlacht aber das kann ich jetzt nicht ändern und wie und was ich forschen soll keine Ahnung Zusatzregierung benutze ich halt nicht es wäre nicht schlecht keine Frage in so einem Fall Bombe aber und die Sicherheitsüberbrückung sorry ich will nicht dass meine Sternbasen kaputt gehen alter explodiert ich verteidige sie lieber statt sie explodieren zu lassen das glaube ich brauche ich auch nicht in diesem Level ja und Bindnisse mache ich halt nicht das war's ja Niederschlag und so das ist alles nett aber ich muss jetzt erstmal gucken dass ich hier dass ich hier überlebe das ist gerade viel wichtiger an alle vorbereiten zum Phasensprung das ist gerade wirklich wichtiger Kommander an Deck ausgezeichneter Plan Ihre Befehle Kommandant so einfach einzeln springen was jetzt Kommander Fregattenfabrik benötigt so wir sind bereit ich hoffe ich komme jetzt nicht zu spät die Anstieg von enormen Ausmaßen aber das sieht doch eigentlich ganz okay aus nachdem ich den Grünen jetzt so viel abgenommen habe kann ich den vielleicht auch erstmal stehen lassen unsere Flotte wird angegriffen dann greife ich da jetzt nicht weiter den Grünen an sondern lass das einfach mal so wie es ist ich muss allerdings zusehen dass ich hier Sternenbasen baue und zwar bald sehr bald weil da kommt schon wieder Zeugs und dann wird es eklig ja erwarte Befehle ich glaube ich muss meine Armee ein bisschen splitten das wird sonst nichts ja der Titan der haut ab der stirbt bald vielleicht hätte ich gar nicht hoch müssen der stirbt nämlich so schon weg aber das weiß man vorher wie ist das Problem so wird Zeit nur um sicher zu gehen alle vier ist vielleicht eine Verschwendung ja aber lieber sicher einen töten als unsicher zwei so und der stirbt jetzt auch schaut euch das an ihr müsst es jetzt bald zerbröseln ja gut dann kann ich ja doch wieder hier runter gehen bevor der Planet an den Feind fällt genau bauwerk komplett dürfte passen es dürfte wirklich passen weil der hat ja nun mal viel wir haben es überstanden sehr schön noch eine Reparatur wirft bauen genau so und dann natürlich was jetzt Kommander ihr Freund und Helfer hört mal her ihr Fliegerasse wer braucht Luftunterstützung okay ihre Befehle Kommandant was ist hier Raketenbatterie so der haut wieder ab sehr klug der Grüne hat noch viel der Lilane hat sich hier komplett verrannt das ist selbst schuld und hier sind eine Menge Handelsschiffe schaut euch das an so ein süßes kleines Handelsschiff mip mip handeln wow gibt euch mal die die den Stern hier pixeln so schaut das schon viel besser aus so hier baue ich die Dinger mehr Kristalle benötigt ja zwei Stück erst mal vielleicht noch zwei sobald ich das Geld habe dauert noch ein bisschen ich glaube das schaut bisher ganz gut aus wir haben zumindest hier eine Menge Planeten eingenommen also drei vier Stück wir haben auch ein neues Artefakt bekommen hier auch sehr schön und sobald ich mehr von diesen Novalidkanonen habe kann ich auch noch mehr Zeugs wegballern und ich werde mir die noch holen mit Sicherheit aber erst will ich ein paar Sternenbasen zusätzlich haben so zwei gehen nämlich da runter und welche nochmal zwei wer braucht Luftunterstützung so halt ich würde sagen das schaut sehr sehr gut bisher aus definitiv das wollte ich noch gar nicht tun so bin immer noch bei 400 aber das Geld geht langsam aber sicher hoch was ist das was ist das Planetenschutzschild ah cool der hat das Schutzschild ja das muss ich alles noch ausbauen hier mit der Zeit das ist wichtig Waffensysteme ja Andockport kommt alles noch kommt alles noch so Zeit zum Handeln geben Sie den Befehl ja Commander so hier jetzt ein Konstruktionskreuzer und hier so und die beiden gehen hier hin genau das passt und da muss ich ich baue mich von vorne nach hinten quasi aus das ist nicht unbedingt das klügste manchmal ist es falsch aber in dem Fall dürfte es schon passen so oh Reparatur werft Schildgenerator dürfte passen ne das ist ein Phasensprung Hippitor Schildgenerator ist hier genau ok das wird mit der Zeit hier sind wir erstmal fertig und weiter geht's den Planeten kann ich mir nämlich auch noch holen und das dürfte dann echt schick werden hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos wenn ihr mich unterstützen wollt klickt einfach auf den Daumenrauf-Button habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge lasst es mich in den Kommentaren wissen ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren um kein Video mehr zu verpassen ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag macht's gut und man geht das bestimmt auch high auf die Neue los Untertitelung des ZDF, 2020